Hallo, herzlich willkommen. Testaufnahme aus dem Livestream. So. Ist der Livestream eigentlich gespeichert, so dass alle das danach noch aufrufen können, oder ist das nur kurzweilig? Ne, ich habe den eingestellt, dass der auf nicht gelistet danach geht. Also ich würde das dann sowieso so machen, dass man halt, wenn wir Bock haben und alles dann zutrifft, dass man halt so Live-Aufnahmen machen kann. Also wir haben... Oh, guck mal. Wer dann zum Beispiel bei Faktorio eigentlich zieht bei, ne? Wenn man dann so teilweise manchmal... Ganz genau, zum Beispiel da. Also solche Sachen halt, ne? Oder wenn ich Subnautica spiele oder so. Einfach einen Livestream, ich nehme die Sachen live auf und dann geht der Livestream weg, aber ich habe die Aufnahmen da und die kommen dann halt nach und nach drauf geschüttelt, ne? Also, so würde ich das dann halt irgendwie machen. Ah, du würdest dann halt auf YouTube bleiben? Ja, auf jeden Fall. Ich will jetzt nicht irgendwie noch twitschen, bla, ne. Ich bleib den Menschen auf YouTube. Wollen wir mal hier aufs Dach fliegen, ne? Oh nein, ja. Ich glaube, ich fliege lieber aufs Feld. Ja, nicht aufs Feld. Irgendwo, wo du Deckung haben kannst. Wenn jemand hier auf dem Dach ist und du nicht, dann ist der meist bevorzugt. Okay, ist keiner hier? Da hinten ist noch wer? Landet. Oh, ich habe einen Kara. Ich habe eine Mini. Kara ist sehr, sehr... Kara geil. Da steht er schon und guckt. Keine Ahnung. Komm her. Beim Stein oder irgendwo? Ja, der hat beim Stein geguckt. Der kann aber jetzt halt... Alter, links am Baum ist er jetzt. Der bewegt sich halt, ne? Kannst halt auch. Oh, what the fuck. Ich klicke mich. Bei links weiter jetzt. Oh, komm hinter uns. Beim Auto ist er. Ja, runter. Okay. Ah, fuck. Ja, okay. Komm runter. Ja. Deshalb müssten wir safe sein. Ja, da muss ich mich erstmal hochheilen wieder. Aber Richtung Süden, der beim Auto, das ist unser nächstes Ziel jetzt. Bei dem müssen wir aufpassen. Habe ich gesehen. In deinem Stream. Das ist sehr gut. Ich sollte vielleicht den Chat bei mir nochmal auf... Moment, das mache ich mal eben. Ähm, also falls ihr, äh, falls ihr jetzt auf YouTube kommt, die Chance ist, äh, ist recht hoch. Ähm, ich bin gerade auch live in einem Teststream und guck mal, wie das so funktioniert. Aber gleichzeitig aufzunehmen und ist das Stream. Da kommt Motorrad. Wird vorbei. Das mache ich mal nochmal eben hier. Ach Gott, dass man immer vor sich Platz haben muss für diese taktische Ausrüstung. Ist so dumm. Mein Gott. Na ja. So und sag. Rüstung reparieren. Ist für mich immer auch das Beste. Dass du halt einfach deine Rüstung die ganze reparieren kannst. So zu den meisten Use Cases. Was ist mit dem Typ am Auto? Hat er sich wieder geregt oder so? Nö, den habe ich nicht gesehen. Deswegen bin ich dann auch dementsprechend weggegangen. Dann gehe ich mal ein bisschen näher ran hier. Und wo muss der noch sein? Wollte ich eigentlich auch, aber da mir keiner gefolgt ist, dachte ich gehe wieder zurück. Na gut, dann machen wir das jetzt. Das Auto ist auch weg. Gut, dann ist er weggefahren. Richtung E schießt wir. Recht nah. Hinter uns. Ja. Ein Baum bei der Kiste. Ja, aber. Ne, noch weiter rechts sind die. Was? Ne. Ist der Typ da immer noch da? Weißt du das? Da ist irgendwo wer. Ne, in der Kiste ist glaube ich keiner mehr. Wir müssen hier wieso kommen. Ach ne, die sind in der Zone. Shit. Wollen wir da weiter nach links gehen? Und von links? Und uns? Sollen wir vielleicht immer aus unserem Kollegen gehen? Ja. Ah ja. Von der Hütte. 2140. Irgendwo da die Richtung. Ja. Ich habe jetzt letzte Medikit. Jetzt habe ich ja noch welche. Meine Güte, die sind auch dementsprechend immer schnell da, ne? Und dann wieder weg. Ich glaube mir kein Witz. Muss wir nochmal einschauen. Wo waren wir jetzt hin? Ein Medikit. Da, da ist noch ein Auto, ne? Hattest du mir jetzt ein Medikit? Ja, ja, ja. Wir müssen los. Ja. Ja. Danke. Und weiter geht's. Jetzt. Ja, da wird das auch gesmoked. Vor uns da vorne. ok beide tot unter der seite im hügel scheint keiner zu sein oder vielleicht sind das nur noch die rechts das dürften auch nur noch zwei leute sein weil motorrad das habe ich einmal umgeschossen das heißt wenn sie da wieder hingehen wollen müssen sie das erstmal aufrichten dauert eine zeit lang 4 3er rucksack awm möchtest du eine awm haben das hat sich jetzt wir müssen da jetzt schon rein da steht kein wort aber ich finde den lustig ich habe den nicht gehört nein aber du bist doch gemutet ja ja ich glaube das ist weil ich eingestellt habe ich glaube das ist weil ich in den audio einstellungen auf sprach der kanal alle schalten push to talk auf das mikrofon push to talk ja push to talk würde ich gerne und ich deaktiviert wacht hat kanal in der entgebung der alles während der hat nicht verfügbar sollen wir dementsprechend jetzt ein normales spielen oder wie ich würde da wieder reingehen ich muss nur kurz auf die einstellung das kann ich in eben in dieser lobby nicht wenn ich auf escape gehe dann gehe ich wieder raus deswegen ja keine ahnung ist dieser sprach chat kanal dings ist immer ein bisschen verwirrend ach guck mal selbst auf anonym bin ich eingeloggt ach weil ich ich automatisch in die app gelangt bin ja dann muss ich das mal so machen so jetzt bin ich da drin muss ich nochmal gucken wie sieht denn das jetzt eigentlich hier aus warum habe ich denn das zweimal warum ist mein auf dem kanal der livestream zweimal übereinander richtig unnötig shit ach kacke jetzt sind wir in game ne ja dann machen wir es so sind noch nicht gedroppt ich warte mal ein bisschen auf die anderen jetzt dann lass mal hier hin ich wollte in den tempel oder wieder hä was ist mit ihm denn hä der blaue will ganz am ende rausspringen und dann zum anfang zu gehen ja natürlich gute idee lass das so machen ja wo wollen wir denn jetzt hin ja komm zu mir es gibt drei punkte ja das ist immer das beschissen wenn irgendwie jeder sein eigenes süpchen kostet au 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 perfekt da ist wer in der richtung e ja hinten auf den auf den zwischen den bergen ist er e hier wieder eine echt scheiß position genau da war er ja ich gehe hier runter oder möchte mich ja das ist ja echt beschissen wir sind jetzt komplett umrundet ah oh cool ja ähm die granate flog durch mein bildschirm durch also so perfekt wie es nur geht ja ja ich mach mal eben hin die die trotzdem aufzuheilen er glaubt das hier wär lustig wenn wir das noch reißen könnten so ne kommt ne ja auch ich muss auch rein das beschissene hier ja toll ja läuft super er hat auch noch eine fucking das ist ein mp7 das ist keine p90 gewesen ja genau schießt schießt gegen die wand ok gut dann gehen wir raus hallo david guten tag du bist der erste zuschauer im teststream ja ja nächstes mal sollten wir lieber markieren wo wir hinfliegen ja ich war gerade noch in der einstellung deswegen man muss eigentlich schon in der lobby abklären wo man hin möchte ansonsten ist es so ne scheiße hallo ich glaube ich müsste mal kurz meine freundin holen ja ich glaube ich glaube wir müssen chinesisch sprechen hier in der runde ja gut also ich übernehme keine haftung für das was die da sagen weil ich nicht verstehe was die da sagen ok gut dann machen wir jetzt mal eben aus dass wir hier äh das ist das ist das bot aber das hört sich eigentlich auch wie vietnamesisch an könnte sein bei vietnamesischen schien bin ich nicht so richtig drin ich schon wegen kevin ja dann ich kann nur so ein bisschen ich glaube ich kann japanisch und südkoreanisch so ein bisschen auseinanderhalten so von finnisch aber vietnamesisch nicht so sehr ah hier ist auch das haus wenn wir jetzt hier den ähm den key hätten ah ok ja das ist das secret house boah sind die laut ne ja wirklich ja da hinten am baum ist der aber ja ich geh mal gucken ob ich irgendwo wo sind die eigentlich wieder gelandet och die penner ey weißt du damit klärt man alles ab ne immer dieselbe kacke ich guck jetzt erstmal ob hier irgendwo ne kara liegt ah die fahren zu uns sag auch mal gerne bescheid wenn du einen findest aber ich äh ne das ist ja shotgun war zumindest ein sks das kann ich schon mal mitnehmen das sind richtige camper der unsere ja der hat sich einfach in die ecke gestellt das ding ist jetzt erstmal platt wo hinter uns schießen die da ja wir müssen um das gute wir sind in der zone also wo schießen die die ach da da wo unser wozu das war ja nur einer ne ja hinterm stein war einer ja den hab ich gedauern ok perfekt dann nur noch äh richtung süden auch mit auch mit auch mit ein richtiger sniper scheiße ich bin eigentlich hier eine schnell schießende sniper eigentlich besser ja ich nicht krass wie lange der da überlebt naja bald sollte er sterben schön Schön. Das ist ja so ein ganz bisschen zu sehen nur. Ich sehe ihn gerade nicht mehr. Also rechts habe ich bisher noch keine gesehen, also nur welche hinfahren sehen, aber vielleicht sollten wir uns dann halt dementsprechend rechts halten, anstatt links oben auf dem Berg. Wir hätten auch noch ein Auto. Ich habe auch nirgendwo mehr hier ein bisschen gelbe. Ich habe auch keine gelbe. Shit. Da kam irgendwo auch ein Nebel her. Ja, ist auch noch ein Drop gelandet bei denen, mein Gott. Ja, ich habe ein Auto platt gemacht. Ich habe mich überfahren oder was? Da waren welche, ne? Ja. Ja. Okay, da sind nur noch Zeug. Sind weiter. Oh Mann ey. Oh, drei Wester, die ist nämlich gerne mit. Ist auch leer. Scheiter. Ja, die sind schon weiter gelaufen. Oh Mann ey. Länge. Wir haben uns. Okay, aber wenn du bock hast. Sind wir ihn nochmal mit? so links habe ich keine gesehen die müssten am stein glaube ich gerade eine richtig doofe position wieder links ist der jetzt denn gestorben? ne meiner ist gedrungen gewesen ja von hinter uns wow oh ne oh wie ich das hasse ne weiter geradeaus da waren die dementsprechend aber auf der höheren Ebene links die loot mich gerade oh mein gott weiß gar nicht wen schau ich gerade zu doch dir das sind mehrere die sind halt auch noch welche das war knapp oh mein gott ey der hat sich ja irgendwie der hat sich von links nach rechts für mich bewegt und ich hab überhaupt nichts getroffen ja fuck das waren sogar die letzten noch aber das weiß nicht waren das zwei teams links und rechts weiß ich nicht wahrscheinlich schon links war noch genockt und wenn man Platz zwei näher dann müsste das muss ein team gewesen sein eigentlich ich glaube nicht dass wir die links jetzt ergemacht haben ach mensch ich hatte da halt überhaupt keine deckung gehabt und deswegen konnte er mich da einfach so einfach machen aber naja ja super chaotisch und dann der von hinten noch ey wo kam der denn wieder her ne ich meine wir kamen ja von der richtung wo ist der her gekommen der hatte alles vernichtet gerade von hinten ist alles safe wir gehen die ganze Zeit davon aus dass hinten alles gut ist und plötzlich kommt da einer er hat das ja ein Auto lang gefahren wahrscheinlich hat er sich irgendwo versteckt ja scheiße hello Hexe Julio klingt deutsch Klingt auch deutsch ja irgendwie schon ja gut ist ein deutscher Musiker müsste auch deutsch sein ich hasse diese App also Tego hasse ich ja generell aber speziell diese hier mit den Feldern hasse ich noch mehr finde ich ganz schrecklich ja aber genial vor allen Dingen weil man sich einfach hinlegen kann und keiner sieht einen ja sowas kannst du machen und du hast keine Deckung also wenn du übers Feld laufen musst bist du am Arsch weil du nichts hast guck dir die scheiße an ist alles frei wenn du gezwungen bist durch irgendeine Zone oder irgendeine blöde Situation übers Feld zu laufen dann bist du total am Sack ja kommen die mit ja einer Hexe schläft noch Hexe schläft noch gut naja ne ja das sind schon ja hier sind noch drei sehe ich oh alle dahinten da eigentlich zuerst sein ja 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 das ist auch das ist auch die 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 Eingehittet. Dort an der Ecke, wo ich dementsprechend... Oh Gott. ...farkiert hatte. Ja. The fuck? Er ist, äh, behind the building. Müssen die Ecken ein bisschen mehr schützen, ja. Die linke Seite ist gerade komplett offen. Er ist auf blauer Smog. Two guys. Granate. Und weiter weg, Granate. Schuss. Halt, kommen noch so dreckige Penner von hinten. Von weit weg hier. Die sind an der Mauer hier. Im Haus, glaube ich. One is here. Seti, du musst aufpassen, ne? On green. Okay, keiner da. One is here inside. Hier im Haus ist einer. Kann man im Haus springen oder so? Ja, hier wen? Also ich kann rein schon, da habe ich bisher keinen gesehen. Bei mir hier. Ah, da. Moment, lass dann zusammen rein. Ich habe ihn. Ich habe die Granate gekillt. Meine Granate war noch am zündeln. Die haben ihn gekillt und ich bin aus dem Explosionsradius rausgekrammelt. Ich habe ihn gekrammelt. Okay. Okay. Du riefst weg. Er ist nicht hier mehr. Ich meine, es ist eine Radiusz der Temperatur. Oh, er stirbt oder? Was the fuck? Ich lasse die Granate auf meinem Tod. Und er stirbt? Yes. Ich habe die Radiusz aus dem Radiusz. Nice. So ist die ist. Oh leil. Crow ist halt ganz woanders. Ja, wir müssen da auch gleich hin. Guck schon mal. Oh, nah bei uns. Bei Ehe von mir aus hier. Jo, alter. Boah, MW-20 hat er gehabt. Ich habe auch eine M24. Damit kann ich arbeiten jetzt. Jetzt ist es ein Suchespiel, ne? Ein Team gegen das andere. Ja, Richtung... Die sind ja noch am Leben. Richtung 100 war noch einer. Nachher? Er ist hier. Ich bin hier. Ich bin hier über die Straße. Auf green, über die Räge. Ein von ihnen. Ja, ich bin gesehen. Marvin. Marvin. Head. One left. Hier ist auch hier. So knapp. Okay. Nice. Schön. Sehr gut. Hab nicht viel getan, aber naja. Naja. Muckt trotzdem gut. Das geht doch gut. Schöne Sache. Würde ich gerne trotzdem nochmal den Damage sehen. Ja, auf jeden Fall. Eine Anzeige am Ende der Statistik wäre so gut einfach. Ja. Ey. Zumindest kann man noch, wenn man das Cape drückt, die Kills sehen. Aber Damage wäre schon besser, wenn man das auch noch sehen könnte. Das wäre was Gutes. Na ja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Tschüssi.